Einen wunderschönen, sonnigen guten Morgen mit einem Blick in Nikkei in Euro-Schweizer Franken und Euro-Japanischen Yen. Wie ich es auch im Blog schon geschrieben habe. Diejenigen, die sich die Blogs auch anschauen, wissen es, was ich heute hier auf der Agenda habe. Tolle Bewegungen gestern im Euro-Schweizer Franken. Denn Nikkei mit einem Umkehrsignal, das alles und gleich mehr gibt es nach dem Risikohinweis. Den bitte ich hier, wie immer in Gänze auch zur Kenntnis zu nehmen. Der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin, der kann zu Verlusten führen. Ludger, Olaf, guten Morgen und alle anderen, die hier auch live mit zuschauen, gerne Fragen direkt in die Chats hinein auf Facebook oder auch auf GoToWebinar. Ich gehe dem Ganzen gerne nach und schaue in den Wunschmarkt, den Sie gerne mit mir betrachten möchten. Gehen wir nun weiter in die Tagesnachrichten. Gestern gab es ja einige Einkaufsmanager in die CSD haben in Summe, naja, eher etwas schlechter ausgesehen, als das Ganze erwartet worden war. So richtig Kauflaune kam in manchen Märkten auch nicht auf. Wir haben zwar grüne Kerzen gesehen, wir müssen aber schauen, wo die Märkte in der letzten Woche herkamen. Und jetzt brauchen wir einfach die Bestätigung, dass die Märkte weiter hoch wollen. Sonst war es einfach nur ein kleines Strohfeuer auf den Weg zu tieferen Preisen. Aber das schauen wir uns dann gerne auch immer wieder in den entsprechenden Chats, hier in unseren Morning Briefings an. Kommen wir zu den heutigen Tagesnachrichten. Sie sehen es hier wieder aufgegliedert nach zehn Relevanzen. Wir starten hier um 10.30 Uhr mit dem Einkaufsmanagerindex für das Baugewerbe in Großbritannien. Um 11 Uhr bekommen wir hier aus der Eurozone den Verbraucherpreisindex. 14.45 Uhr, nein 15.45 Uhr, sprich der Fettvorsitzende Paul, das kann immer ordentlich Zündstoff für die Märkte auch mitgeben. Also das sind mal die wichtigsten Dinge, die wir hier heute bekommen. Um 11 Uhr gibt es dann aus der Eurozone noch die Arbeitslosenquote. Heute am Nachmittag dann eine weitere Rede aus den USA eines FOMC-Mitglieds. Wir bekommen die Auftragseingänge für den Monat April auch aus den USA. Und dann am ganz späten Abend schon mal einen kleinen Blick ins Thema Öl. Wie oft am Dienstag die API Rohöl Lagerbestände. Also das hier ein Blick in die Nachrichten für den heutigen Dienstag in die Eurozone, die USA und Großbritannien. China war heute nichts dabei. Von der Seite her fehlt das Ganze hier selbst reden. Und damit schalten wir rüber in die Charts hier in den Nikkei. Wir haben im Nikkei hier den Tagesschart auf der Uhr und selbst reden. Wir sehen es, der Markt läuft in einem Abwärtstrend ziemlich stark. Hier haben wir die erste trendbrechende Bewegung gehabt, dann die Korrektur. Wir sind mittlerweile in einem Abwärtstrend hier. Am Freitag letzte Woche hat es hier definitiv die Bestätigung gegeben. Tief von gestern hatten wir hier unten liegen bei 20.295 Punkten. Dann kam plötzlich Kaufinteresse auf. Hat es schon was gebracht? Naja, die Entscheidung steht noch auf. Es ist erst mal ein erstes Achtungszeichen gewesen, eine erste Pause. Jetzt kommt es darauf an, welche Szenarien wollen wir denn ableiten. Das ist ja das, was wir hier jeden Morgen auch machen. Bei den Szenarien gibt es hier in dieser Situation, auch in dieser Verortung, in einer weit gelaufenen Bewegung immer zwei Möglichkeiten. Die Kerze von gestern ist da der entscheidende Marker. Steigen die Preise oben drüber, dann haben wir eine Chance. Erst einmal hier das Ausbruchslevel um die 20.750 Punkte Marke anzutesten. fallen die Kurse unten drunter, dann eher in Richtung dieser Support-Tier. Wir haben es liegen aus dem vorherigen Aufwärtstrendverlauf. Hier die 20.181, das war ein Korrekturtief und kurz darunter die 19.997 Punkte Marke. Das ist mal so der Schwungbereich, den wir hier haben. Und wir haben es gesehen, die Entscheidung ist noch nicht gefallen. Der Markt hat erst einmal das Tagestief von gestern angetestet. Dort kam dann aber plötzlich Kaufstärke auf und hat den Markt etwas nach oben getrieben. Jetzt ist er schon wieder auf dem Weg nach unten. Wer sich das Ganze gerne mal in der Stunde anschauen möchte, wir haben hier aktuell so etwas wie ein bisschen eine Puttsituation. Das heißt, wir springen momentan hin und her zwischen dem Hoch und dem Tief von gestern. Das heißt, hier oben diese Marke vom Hoch, das hier ist einmal die Trading Range. Da wollte er nicht drüber. Unten wollte er auch noch nicht drunter. Er hat es mal kurz versucht. Aber übergeordnet in der Stunde auch. Wir sehen es. Es ist ein laufender Abwärtstrend. Das heißt, die Kerze von gestern war das Achtungszeichen. Kommt stärker auf, wäre es die Chance. Ansonsten sehen wir einfach nur einen Trendfortlauf hier aus der Stunde. Und damit die Chance oder besser die erhöhte Wahrscheinlichkeit hier unten in die Tiefs reinzulaufen. Nur es ist interessant, auch für die kurzfristigen Trader oder vielleicht gerade für die kurzfristigen Trader, was hier unten an dieser grünen Linie passiert. Nämlich das ist genau das Tagestief. Und wir haben hier einen Schwungbereich zwischen Hoch und Tief. Das Hoch bei ungefähr 20.540 Punkten. Das Tief bei knapp 20.295. Da ist ein bisschen was zu holen für die kleinsten Zeiteinheiten. Kommt hier unten stärker rein. Sprung nach oben. Oben eher die Schwäche dann zu treten. Nach unten hin, wenn wir runterlaufen. Ansonsten, wenn wir oben drüber laufen, wäre das genau das Signal, dass wir die Kerze von gestern, die positive, erst einmal bestätigt bekommen. Und der Markt dann durchaus etwas weiter in die Korrektur der Stunde hier hineinlaufen kann. Das zeigt uns hier der Nikkei im Tageschat. Das übergeordnete Bild allerdings wirklich in die Short-Richtung mit angelegt. Und ein bisschen das Zünglein an der Waage momentan, das merkt man immer wieder, ist das Thema Handelsstreitigkeiten zwischen den USA und China. Und Herr Trump ist ja momentan gerade auch in Großbritannien unterwegs. Das heißt medial auch relativ präsent. Da kann es immer wieder Überraschungen geben. Wir bleiben gleich mal in Japan und gehen als nächstes mal in die japanische Währung rein. Das heißt, wir schauen uns mal Euro japanischen Yen an im Tageschat. Ich suche die Währung nur eben raus. Hier haben wir sie. Tageschat ist auch da. Hier sehen wir genau wie im Nikkei selbstredend erst einmal einen Abwärtstrend. Der Markt bewegt sich nach diesem scharfen Rücksetzer vom Jahresanfang. Jetzt schon wieder trendtechnisch weit nach unten. Der aktuelle Trendverlauf ist weit in seine Bewegung hineingelaufen und hat gestern auch mit einer sehr, sehr deutlichen Kurskorrektur reagiert. Und das ist jetzt ein Punkt, läuft es hier oben weiter übers Tageshoch von gestern. Auch da technisch das gleiche Bild wie gerade im Nikkei. Der Ausbruch hier um die 122,079. Das ist der Widerstandsbereich. Das ist erst einmal der erste Anlaufpunkt, wenn der Markt die Stärke findet, nach oben zu laufen. Darüber hinaus, das sehen wir gleich im Stundenchart, haben wir ein paar Level, die wir aus den Korrekturhochs der abwärtsgerichteten Stunde als Anlaufmarken nehmen könnten, wenn die Korrektur tatsächlich stark wird und wir hier ein ganzes Stück zurücklaufen. Aber wir müssen mal schauen, was der Markt hier im Vorfeld gemacht hat. Hier nach dieser ganz, ganz starken Bewegung. Wo ist er reingelaufen? Hier, ich zeige es mal ganz kurz in den Bereich des Ausbruchslevels. Wenn dieses Verhalten gleich bleibt, dann wäre es sehr, sehr, sehr interessant zu sehen. Gibt es hier oben denn Umkehrsignale? Und wenn ja, die kann man dann sehr, sehr schön dazu nutzen, den Markt wieder runter zu traden. Das heißt, das wäre dann der Handel aus der Korrektur in Richtung des laufenden Trends. Und dann hätten wir die Anlaufpunkte hier erst mal. Das Trendtief aktuell bei 120,783 und dann ist der Weg auch weiterhin geebnet in Richtung des Jahrestiefs bei 118,785. Ob es drunter läuft oder nur dran läuft, das werden wir sehen. Aber wir haben hier auf alle Fälle wieder sehr, sehr, sehr schöne Chancen, die Setups zu traden. Wir müssen nur geduldig warten. Heißt also, wir haben nach oben hin Potenzial für eine tiefere Korrektur. Nach unten hin dann natürlich, je tiefer die Korrektur läuft, ordentlich Potenzial zur Downside hier, das Trendtief zu überschreiten und uns dann deutlich auf die Jahrestiefs zu bewegen. Und hier sehen wir, was ich meine, wenn wir uns mal die großen Schwünge hier der Stunde auch anschauen. Das heißt, die große Schwung, ich markiere das mal ganz kurz hier mit der blauen Farbe. Das ist das, was ich meine. Wir sehen hier sehr, sehr schön die Bewegungen und Korrekturen, wie wir hier schön nach oben und unten laufen. Wir sehen auch untergeordnet die entsprechenden Trends. Und das, was wir hier jetzt am Laufen haben, ist der aktuelle Abwärtstrend hier zu sehen in der Stunde. Und hier haben wir die korrektive Phase. Und das ist das, was ich gerade im Tag auch gezeigt habe, wenn wir hier jetzt die Stärke reinbekommen, momentan verharren wir ja auf relativ hohem Niveau. Wenn wir hier drüber gehen, das wäre dann eine Chance, dass wir diesen kleinen Trend hier nach oben hin ein Stück weit traden können und hier in diesen Widerstandsbereich reinlaufen können. beziehungsweise hier in dieses Trend hoch, läuft es drüber hinaus, ist dann der nächste Anlaufpunkt, das Korrekt hoch hier um die 100, 22, 800. Also diese Marker kommen schön aus dem Trendverlauf der Stunde heraus. Und das ist halt ein gutes Zeichen, dass wir es schön mit nutzen können. Und wenn wir dann irgendwann die Umkehrsignale bekommen, auf die Downside zu wechseln, dann machen wir es einfach. Das ist der Punkt, den wir hier haben. Wie schaut das Ganze aus? Das zeige ich auch mal ganz kurz. Schaut es mal hier, haben wir so eine Situation gehabt. Hier hatten wir die erste Bewegung nach unten. Ich zeige das jetzt nochmal grafisch auf an dieser Stelle. Danach eine nochmal kurze Kurssteigerung hier oben hin. Hat nicht gereicht drüber. Und dann hat es der Markt nach unten geschafft. Und hier haben wir dann die Trendbildung gehabt. Wir haben also einen neuen Abwärtstrend in Richtung dieser übergeordneten Abwärtssituation gehabt. Das sind so die Umkehrsituationen, die wir suchen sollten. Und dann sehen, hier dreht die Nachfrage um. Und das eröffnet dann das Potenzial für den nächsten Schub nach unten. Also das sind die Dinge, auf die wir hier im Euro-japanischen Yen schauen. Und damit gerne auch in den Euro-Schweizer Franken hinein. Olaf Euro-Austral-Dollar mache ich sehr, sehr gern. Da gehe ich direkt auch mit drauf ein. Ist ja einer meiner Lieblinge im Trading. Auch mit dem australischen Index haben wir ja dieses Jahr schon richtig viel Spaß gehabt. Ach, ich liebe diesen Job. Er zeigt uns jeden Tag neue Chancen. So wie hier beispielsweise auch im Euro-Schweizer Franken. Das Währungspaar hatte ich übrigens vor einer Weile schon mal hier gemeinsam besprochen. Damals im Wochen-Chart. Im Wochen-Chart. Warum? Wir standen damals hier unten an der Trading Range. Und Trading Ranges, gerade wenn sie weite Verläufe haben, also weite Spannen zwischen der Ober- und der Unterseite, die bieten ja häufig gute Chancen von der Unterseite zur Oberseite zu traden oder umgekehrt. Das ist ja das Verhalten von solchen weit geschwungenen Seitwärtsphasen. Und wenn wir uns hier mal den Wochen-Chart anschauen, dann haben wir den Deckel oben drauf irgendwo um die 1.14.700 und unten den Boden bei 1.11.800. Das hier die Marker aus der Woche. So, wir haben jetzt ein paar Mal schon den Test der unteren Seite gehabt. Den hat der Markt auch immer wieder bestanden. Aber gestern ist was passiert, das ist neu. Und zwar ist der Markt tatsächlich massiv unter diese Linie gefallen. Also er hat sie nicht nur angetippt, sondern er ist auch gleich, das muss ich mal noch kleiner machen, hier in den großen, wichtigen Bereich reingelaufen. Und zwar war das mal auf Wochenbasis hier ein massiver Ausbruchsbereich. Wir sehen es, was hier passiert ist. Dieser brutale Schub nach oben, das war die Initialzündung für diesen deutlichen Kurszuwachs hier unten. Von 1.11.1.290, also knapp 1.11.200 bis hier oben hin ins Hoch. Was haben wir liegen? Die 1.12. Da ist ordentlich Bewegung reingekommen. Und das ist natürlich auch ein Level, das hat eine gewisse Marktrelevanz. Und da ist der Markt gestern reingestochen und hat sofort mit Käufen reagiert. Das sehen wir sehr, sehr schön hier im Tagesschat auch liegen. Und das ist die Situation, auf die ich jetzt gerne einmal eingehen möchte. Denn hier ist es jetzt so, wir haben diese Kerze sehr, sehr ausladend, muss man dazu sagen. Also das sind immer so Schwünge, die sind manchmal ein bisschen tricky zu handeln. Aber es ist ein Zeichen, es könnte hier zu einem Richtungswechsel kommen. Und jetzt kommt es darauf an, was hier auch wieder der Markt macht. Also er war ja hier gestern massiv schwach und hat dann mit Stärke reagiert, hat aber wieder abverkauft. Das heißt, im übergeordneten Bild haben wir hier eher Schwäche. Also mit Bezug auf diesen nach unten laufenden Abwärtstrand ist hier noch nichts vorbei. Wir sind einfach nur in die Korrektur tief reingelaufen und kamen dann auch wieder zurück. Heißt also, wir haben gestern erstmals unter dieser Linie geschlossen und kommen aktuell ein bisschen zurück. Und jetzt ist halt die Entscheidung vom Markt reagiert er hier mit Stärke, dann laufen wir direkt wieder hoch. Reagiert er aber mit Schwäche, dann wird es interessant, weil wir haben dann gestern eine Korrektur gesehen, die nochmal das Ausbruchslevel getestet hat und läuft jetzt nach unten hin. Und da haben wir dann Chancen, weiter in die tieferen Preisregionen reinzulaufen. Da müssen wir aber nochmal in die Woche schauen. Da sehen wir hier nämlich im Tagesschat nichts genug. Was wäre es dann, wenn wir hier runterlaufen? Möglicherweise, hier müssen wir mal schauen, dieses kleine Ausbruchslevel hier unten, das wäre dann möglicherweise ein Anlaufpunkt. Das heißt, irgendwo hier unten um die Marke von, naja, was haben wir hier, 197, 198 in diesem Drehbereich. Das müssen wir dann nach unten offen haben. Da ist also eine Menge, Menge, Menge Potenzial zur Downside da. Und wenn der Markt das spielt, dann lassen wir uns das doch hier an dieser Stelle nicht entgehen. Wir sind ja Trader und suchen die entsprechenden Setups. Was muss passieren? Wir gucken in die Stunde rein. Die Stunde verrät uns sehr, sehr viel. Und in der Stunde, hier mit Blick hinein, ich zoome es mal etwas weiter zusammen, haben wir selbstredend den abwärtslaufenden Markt. Also wir haben hier schön laufend momentan den Abwärtstrend, der die Bewegung auf Tagesbasis darstellt. Und hier sehen Sie auch schon wieder, welche relevanten Marken auch nach oben hin sind im Fall. Wir kommen tatsächlich in eine tiefere Korrekturphase hinein. Das heißt, der Abwärtstrend der Stunde wird gebrochen und nach oben hin rausgenommen. Und jetzt haben wir dann das Bild, dass der Markt tatsächlich hier oben ran laufen könnte. Ich sage hier mit Absicht könnte. Es gibt noch keine Anzeichen dafür, dass er das tatsächlich auch macht. Warum nicht? Wir sind hier runtergelaufen, sind jetzt ein Stück weit nach oben gekommen. Aber hier ist noch längst keine Entwarnung. Wann kommt Entwarnung? Hier oben, Matthias, einen schönen guten Morgen. Hier oben, da kommt erstmal Entwarnung so ein bisschen. Wenn wir hier über dieses Hochgelaufen sind, dann haben wir hier nämlich einen kleinen Aufwärtstrend gebildet. Und der hätte dann tatsächlich die Chance, im Sinne der markttechnischen Betrachtung, der Trendbetrachtung, hier dieses bzw. dieses Trendhoch erst einmal anzutesten. Und die Entscheidung steht noch aus. Kommen wir hier nicht drüber hinweg und der Markt bleibt schwach. Das ist dann ein deutliches Zeichen. Dann bildet sich hier nämlich untergeordnet wieder der Abwärtstrend. Das heißt, wir haben einfach nur eine technische Gegenreaktion gehabt. Das ist ein ganz normales Verhalten. Und dann kommt der Markt plötzlich wieder mit Schwäche rein. Und dann sehen wir uns die Downside an. Und das ist dann doch das Interessante hier an dieser Stelle. Und da kann man gut die eigenen Setups mit positionieren. Das also hier die aktuelle Besprechung zum Euro-Schweizer-Franken. Wenn man mal bedenkt, wo wir mal standen, bis die Schweizerische Notenbank ein wenig ihre Strategie geändert hat. Sei es drum. Es ist, wie es ist. Wir können das gut zum Traden nutzen. Und damit gehen wir jetzt nochmal in einen Wunschmarkt rein. Hier Euro australischer Dollar wurde gewünscht. Gucken wir uns direkt auch an. Wir schauen hier zuerst mal in den Tageschart hinein. Muss mal kurz schauen, ob ich hier noch einen schöneren, sauberen, aufgeräumten Chart finde. Ja, das sieht doch deutlich besser aus hier. Gucken wir uns das Ganze mal an. Mache ich mal etwas kleiner. Das Bild rutsche also mal etwas zusammen. Und wir sehen hier im Euro-Austral Dollar mal wieder den oberen Widerstandsbereich hier im Fokus. Heißt also an dieser Stelle, ich muss mal kurz die Zacken hier oben rausnehmen. Heißt an dieser Stelle, worauf achten wir hier jetzt? Das hier oben, das ist ein interessantes Widerstandslevel. Wir sehen es hier an dieser Stelle, da ist der Markt schon einige Male oben ran gelaufen und hat wieder rumgedreht. Diesmal hat er es noch nicht ganz geschafft. Ist also hier oben in diesem Bereich angekommen, möchte aber noch nicht so richtig runter. Und hier ist es jetzt meiner Meinung nach interessant, was der Tag an dieser Stelle macht. Warum ist es interessant? Wenn da oben wieder Schwäche reinkommt, dann haben wir doch eine interessante Chance zur Unterseite. Weil der Markt hat hier unten eine leichte Unterstützung und das ist ein Pendelbereich aktuell. Ich mache das mal ganz kurz grün, damit wir es als Unterstützung sehen. Und das wäre natürlich interessant zu sehen, wie sich der Markt jetzt hier oben verhält, ob er von oben nach unten läuft oder nicht. Und das zoomen wir mal ganz kurz näher. Da gucken wir uns nämlich einfach mal an dieser Stelle den Stundenchart an. Wieso? Wir haben hier an dieser Stelle jetzt hier einen Markt, der schon wieder runter trendet. Das heißt, in der Stunde haben wir schön den Abwärtstrend. Kurzfristige interessante Level wären dann hier das Tagestief an dieser Stelle. Hier unten um die Marke von knapp 1,65. Und hier oben ist dann sozusagen das aktuelle Trend hoch des Tages hier oben. Also der Bewegungsschub ist ja hier hochgelaufen, beziehungsweise das Ganze. Und jetzt kommt es interessanterweise darauf an, was wir traden wollen. Warum? Wir haben hier einen Schwungbereich hin und her. Wir sehen es auch. Es ist ein Hickhack. Es geht nicht richtig hoch. Es geht nicht richtig runter, wenn man sich Trends anschaut. Und aus diesem Grund ist es in solchen Märkten häufig interessant, sich die Stunde anzuschauen. Da sehen wir nämlich Trends, weil wir haben genug Platz zwischen der Ober- und der Unterseite. Und wenn wir uns das Ganze jetzt hier mal anschauen, da sehen wir, was ich damit meine. Wir haben jetzt hier nach unten hin gerichtet die Trendentstehung halt da. Das heißt, wir haben hier mit Sicherheit in der Stunde einen Abwärtstrend. Und den können wir gut und gerne als Richtungsgeber nutzen. Das, was wir hier jetzt gerade sehen, ist quasi die korrektive Phase an dieser Stelle. Und hier muss man sehen, wie das Ganze entsprechend auch mit zu Ende geht. Wir haben gesehen, hier oben diese Marke bringt wieder Schwäche rein. Hier um die 1,61, knapp 5. Da hat der Markt wieder runter gedreht. Da kam die Schwäche rein. Und wie schon gesagt, bleibt das Ganze vorhanden, wenn wir hier unsere Stunde als Richtungsgeber nennen. Dann nehmen wir einfach die 5 Minuten und schauen uns die Umkehr entsprechend an. Und in den 5 Minuten brauchen wir dann den sauberen Abwärtstrend. Sauber sieht an dieser Stelle noch anders aus. Das heißt, hier ist noch nichts Sauberes da. Also immer erst mal so ein bisschen hin und her gezappelt. Aber wenn wir hier unten dann Ruhe reinbekommen und der Markt tatsächlich wieder rumdreht, dann wäre das eine Situation, ruhig nach unten hin zu traden. Bei einem Markt, der so weit schwankt wie hier, ist es wichtig, dass man dann mit den Absicherungslevels ordentlich arbeitet. Das heißt, hier geht es dann nicht nur um das klassische Thema, welche Handelsstrategie wende ich an, sondern in diesen Märkten hilft es auch, ein gutes Money Management zu haben. Das weiß ich, weil ich diese Währung schon sehr, sehr oft getradet habe. Und da ist es ganz gut, wenn man die Leine etwas lockerer hängen lässt, dass der Markt genug Zeit zum Atmen hat. Und dann haben wir jetzt wirklich eine gute Chance, dass wir hier uns in die Abwärtsrichtung der Stunde wieder reinbringen. Wie schon gesagt, die Entscheidung wird fallen, wenn der Markt sauber runterdreht. Ansonsten, wenn wir uns das ganze große Bild anschauen, ist der Markt hier ja jetzt noch nicht weit in die korrektive Phase hineingelaufen. Das heißt, wir haben hier auch noch die Wahrscheinlichkeit, weiter nach oben zu laufen, in die tiefere Korrektur hineinzugehen. Das ist ja das, was dieser Markt immer mal gerne macht, tief zu korrigieren, um dann rumzudrehen. Das heißt, wenn wir jetzt hier mal die Stunde als Richtungsgeber nutzen und den weiten, weiten Weg nach unten traden wollen, dann wäre es in meinen Augen schon relativ sinnvoll, wenn man sich ein Absicherungslevel sucht, was relativ weit weg ist. Ja, und da liegen wir halt hier oben noch drinnen. Das heißt, hier muss sich jetzt an dieser Stelle jeder die Frage stellen, ob das, was wir hier machen, einen ersten Einstieg gibt. Das heißt, hier kann man ja ohne weiteres strategisch einsteigen und sich sagen, okay, ich kaufe mich jetzt mal in die korrektive Phase ein. Das heißt, das ist dann wiederum das Thema Money Management. Und Money Management bedeutet halt manchmal auch, dass man anfängt, strategisch die Positionen reinzunehmen. Wir haben nach unten hin ein weites Feld. Das heißt, wir haben jetzt hier mittlerweile den Abwärtstrend der Stunde und das weite Feld führt bis unten rein in dieses Zerbrot-Level hier unten bei 1, ja, etwas unter 56. Da ist viel, viel Luft da. Das bedingt möglicherweise hier den ersten Entry, wenn der Markt schon rumdreht, um das erste lockere Level halt weit hier oben zu lassen. Mit der Strategie im Falle der Fälle, dass der Markt noch mal weiter nach oben korrigiert, weiter nach oben aufzubauen. Aber wie schon gesagt, das muss strategisch erfolgen. Wenn das nicht strategisch erfolgt, dann wird das schwierig mit dem Risikomanagement. Amsonsten sichert man sich wirklich hier oben ab, geht kleine Positionen ein und kauft am Ende nach. Und wenn der Markt doch hier oben fliegt, dann hat man am Ende nicht mehr oder weniger Risiko wie bei einem klassischen Trade. Aber man hat sich früh in die Position reingekauft, dreht der Markt doch nach unten, dann ist man dabei beim fahrenden Zug. Und dann haben wir wirklich alle Chancen, das Ganze nach unten laufen zu lassen. Und wenn es dann so kommt, dann kann man auch das Risiko relativ zügig nachziehen. Heißt also, das ist jetzt aber eine rein fiktive Annahme. Wenn wir von hier oben direkt runterlaufen würden und der Trend setzt sich fort, dann können wir doch unser Risiko schon hierher nachziehen. Und ratzfatz sind wir in einer kleineren Risikoposition und der Markt läuft durch. Und das ist das, was ich meine. Das ist Money Management in strategischer Anwendung mit einem Trade Setup. Und das können wir immer wieder gut anwenden. Es muss halt zum aktuellen Marktgeschehen auch mitpassen. Olaf, ich hoffe, das passt soweit von meiner Seite her. Wir haben es jetzt 5 vor 9 oder 6 vor 9 haben wir es. Da möchte ich gerne nochmal hinweisen. Am Donnerstag spricht der Herr Draghi. Wir haben EZB Pressekonferenz. Wir haben die Zinsmitteilung am Nachmittag, also am frühen Nachmittag 13.45 Uhr bekommen wir die Zinsen. 14.30 Uhr spricht der Draghi. Und wir treffen uns am Donnerstag hier live zur Marktvorbereitung um 14 Uhr. Da schauen wir einfach mal, was DAX und Euro machen, wie die Zinsseite ausschaut. Gut, da wird nicht viel passieren. Die Pressekonferenz ist wichtig. Also nicht verpassen, am Donnerstag gibt es einen Livestream. Nochmal um die Mittagszeit möchte ich hier nur schon mal ankündigen. Nun rein in die Märkte. Allen gute Trades. Ich freue mich auf morgen. Bis dahin. Alles Gute. Tschüss.